Jetzt wird Peter Schleswig-Holstein schon wieder gewinnen, aber jetzt hat er den Schleswig-Holstein schon wieder geschehen. Das war ein Queer-Generisch, mit Jochen Graus. Ich könnte das ganz so gut überlegen, wir haben eine frühe Zeit noch nie gemacht. Und schon mal warum, also war mit Pflicht ab, um der ganzen Sonne anzusehen zu müssen. Jetzt sind die Sitzung von Bojou, Sorge der Sieg. Wir wählen uns unter den Ticket-Vertage mit Bojou, mit der Sitzung von Bojou. Und wir sehen uns beim Spiel, jeden Fans, in den letzten Sitzung von Bojou. Vielen Dank.